Guten Morgen ihr Lieben! Willkommen zu Adventskalendertürchen Nummer 18 von Svante und Kett. Ja, heute wieder etwas früher. Zumindest schaffe ich es heute mal wieder etwas früher. Nachdem ich jetzt hier meinen ganzen Basteltisch auseinandernehmen musste, weil ich gesehen habe, dass hier dieses, ich habe es gerade noch hier stehen, mein wunderschönes Brettermann-Weiß-Pigment für Harz. Ich weiß nicht wieso, das ist hier ausgelaufen. Also das ist, das stand so und ich weiß nicht, ob das arbeitet in der Flasche. Jedenfalls ist das hochgegangen, ist hier rausgelaufen und da war eine Riesensuppe auf meinem Tisch. Und natürlich stand das ein bisschen weiter in der Ecke und ich habe das jetzt eine Weile nicht benutzt und habe das nicht gesehen. Und jetzt musste ich erstmal hier meinen ganzen Basteltisch auseinandernehmen, alles sauber machen, weil überall dieses ekelhafte, schmierige, weiße Pigment dran hängt und das geht echt nicht mehr ab. Also das ist wirklich, ich habe auch hier aus Versehen was hingeschmiert. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist jetzt hier so ein bisschen matt und es geht nicht mehr weg. Also das ist schon wunderbar am frühen Morgen gleich hier so eine Aktion, aber gut, so ist das halt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich damit mache, weil das halt tatsächlich stand und ja, da kann ich halt auch nichts machen. Wenn es jetzt umgefallen wäre, okay, aber da ist ja Stand, bin ich mir da noch so ein bisschen unsicher, wo ich das jetzt hinstellen soll, weil ich Angst habe, dass das jetzt weiter ausläuft. Muss ich vielleicht mal irgendwie einpacken oder so. So, was haben wir heute? Oh, die Sticker sind ja auch süß. Ja, hier sind einmal neon-pinke Jettys. Die sind voll groß. Ich glaube, die sind größer als meine. Ja, voll cool. Das ist wie die von Doreen Beats, da gab es doch mal diese Streifen zum Kleben. Da waren auch so welche drauf. Dankeschön. Dann haben wir noch mal ein paar Kätzchen. Das sind aber Einleger. Ja, Einleger und die sind Charms hier mit einem Loch. Voll cool. Die sind echt niedlich in Gold und Silber. Ach ja, sehr cool. Und die Sticker sind ja süß. Moment. Ja, ich bin noch nicht richtig wach heute. Also ich habe noch nicht mal meinen Kaffee getrunken und dann schon so ein Ecktier heute. Ich bin ja so ein Morgenmuffel. Für mich ist das ja eigentlich gar nichts. Aber ja. So. Ach, guck mal, wie süß. Was ist das denn? Die sehen aus wie Radiergummis. Oder so, ne? Hier so in diesen Schachteln. Ich weiß auch nicht. Süß. Oder gehört das andersrum? So rum? Ja, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ja, ja. Es gibt schon so viele tolle Sticker. So, dann machen wir noch die 18 auch von Kette. Ich muss ja gestehen, ich hatte eben schon die 19 in der Hand. Weil ich die 18 nicht gesehen habe. Und dann habe ich die 19 genommen und dachte, ist heute wirklich schon der 19? Und dann habe ich gedacht, nee, Moment. Stopp. Alles zurück. Da muss noch, oh, da muss noch der 18. sein. Oh. Ich habe es rausgezogen. Ich habe es dran gezogen. Ach, cool. Ja. Die sind süß. Die gab es beim Action. Also Rentiere. Mal gucken, dass ich das da wieder reinkriege. So. Die sind so süß. Das sind so Puzzle-Radierer, ne? Also die kann man auch auseinandernehmen. Und ja. Süß. Ja, das stelle ich mir gleich mit in mein Regal. Da freue ich mich. Stelle ich mir gleich zu meinen Disney-Prinzessinnen. Weil die haben jetzt auch ihre Zeit getan. Hier, die, ich zeige euch die mal kurz, die stand nämlich auch auf dem Basteltisch. Und hier, ich weiß nicht, ich habe es versucht ein bisschen wegzuwischen, aber die ist auch überall hier weiß. Da und hier vorne hat sie einen weißen Fleck. Und ich dachte so, was ist das? Wo kommt das her? Warum ist überall so weißes Zeug dran? Und ja, die hat Glück gehabt. Und die stelle ich jetzt auch mal in mein neues Regal. Da kommt er dann dazu. Ja, weil die hier irgendwie... Ach, mir ist das auch alles zu viel auf dem Basteltisch. Ich mag das nicht mehr, so viel Zeug auf dem Basteltisch stehen zu haben. Ich brauche da mehr Platz zum Werkeln und Videos machen und so. Jetzt kommt die Deko halt ins Regal. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Wochenteiler. Heute ist Mittwoch, oder? Ja, heute ist Mittwoch. Ja, genau. Und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder hier. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.